Du hörst den Jeans Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge soll dir so einen kleinen, aber wichtigen Impuls für die kommende Woche geben. Diese Podcast-Folge wird an einem Montag ausgestrahlt und ich hoffe, du hörst das auch am Montag. Dann hat das unter Umständen Einfluss auf das, was in den nächsten Tagen bei dir passiert. Der Titel dieser Podcast-Folge lautet Digitalisierung, eine hirnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und du wirst dir bei diesem Titel vielleicht denken, hey, wenn ich diesen Podcast hier immer wieder höre, dann ist so das Thema Digitalisierung und neue digitale Zeitrechnung, in der wir leben, ja schon auch ein wichtiges Thema, um die eigenen Chancen zu entdecken. Ich möchte heute aber ganz bewusst mal auf die Schattenseite treten und sagen, okay, was verursacht eigentlich die Digitalisierung in unserem privaten wie beruflichen Leben und warum lohnt es sich, den Deep Dive zu machen? Was das genau bedeutet, kurze Unterbrechung und dann erkläre ich es dir. Bis gleich. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Ja, gerade für uns in Deutschland oder auch in Europa ist es super wichtig, über das Thema Digitalisierung zu sprechen und die sich daraus ergebenden Chancen zu beleuchten. Heute möchte ich aber einfach mal in den Schatten treten. In den Schatten treten der Digitalisierung und einfach mal darüber sprechen, okay, warum ist das eine hirnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Auf das Thema beziehungsweise auf die Idee zu dieser Folge bin ich gekommen, weil ich einfach mal reflektiert habe, was finde ich in den Unternehmen, in den Startups, die ich berate oder in meinen Mentorings oder meiner Masterclass sind, Was finde ich da eigentlich vor? Und was ich dort vorfinde ist, dass viele, und dazu gehöre ich auch, Optimierungsathleten sind. Also wir versuchen irgendwie so unser Leben zu optimieren mit allen möglichen Devices und Software und Prozessen und ich bin großer Fan von Prozessen. Also ich muss immer schauen, dass die Prozesse möglichst vollautomatisiert sind. Das ist so der Traum, dass die Digitalisierung natürlich uns Arbeitswege, aufwendige Prozesse abnimmt oder vereinfacht, im Idealfall vollautomatisiert. Und das führt dazu, dass wir immer effizienter werden. Das heißt, ich kann natürlich in einem sehr kurzen Zeitraum eine ähnliche Leistung vollbringen, für die ich früher viel mehr Zeit gebraucht habe. Und das führt wiederum dazu, dass wir uns super fühlen, weil wir sagen, hey, wow, wie cool ist das? Ich kann aus einem 8-Stunden-Tag einen 16-Stunden-Tag machen in derselben Zeit. Und das ist dann nur noch so ein Hasseln und Abarbeiten. Was wir dabei nicht bemerken, ist, dass wir immer wieder in den operativen Modus rutschen und gar nicht mehr am Unternehmen arbeiten. Wir arbeiten im Unternehmen, wir sind operativ verhaftet, weil wir uns die ganze Zeit über Prozesse, Technologien, Nutzung von irgendwelchen Tools wie Slack und Trello und Asana und wie sie alle heißen beschäftigen und uns gar nicht mehr so wirklich tief inhaltlich, strategisch, konzeptionell und kreativ in unsere Arbeit vertiefen können. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertervorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in deinen Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und doch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Sei mal ehrlich, geh mal die letzte Woche durch, wenn du dich daran erinnerst oder nimm mal die kommende Woche wirklich ganz bewusst wahr und überleg dir oder nimm wahr, wann bist du wirklich kreativ unterwegs gewesen? Wann hast du wirklich mal tief in konzeptionellen Gesprächen mit deinem Team gearbeitet? Wann hast du dich strategisch mit deinem Unternehmen in der Zukunft beschäftigt? Was mir wirklich hilft, ist eine eigene Zeiterfassung. Ich habe da so einfach so eine App auf dem Handy, die nennt sich Harvest und damit kann ich ganz schnell tracken, woran ich in den letzten 30 Minuten oder 15 Minuten gearbeitet habe. Und dann wirst du feststellen, wenn du mal eine Woche wirklich trackst, mal so als kleine Referenz nimmst, dass du sehr wenig Zeit zum tiefen Nachdenken verbracht hast. Und wir sind die ganze Zeit auf so einer Mikroebene unterwegs. Und ich möchte das an dieser Stelle wirklich bewusst pauschalisieren. Also Mikroebene heißt, uns ist wichtig, wie viele Schritte haben wir gemacht, das müssen wir alles tracken. Am besten noch irgendwie ein Investitionsportfolio auf dem Handy irgendwie noch optimieren. Selbst die Partnersuche wird optimiert über irgendwelche Apps wie Tinder und Co. Und genauso bildet sich das auch in unserem Business ab. Wir versuchen zu optimieren, wir versuchen schneller zu sein, wir versuchen effizienter zu sein. Wir versuchen die Methode, die wir vor drei Jahren entwickelt haben, einfach noch mehr zu optimieren. Aber so richtig tief in die Materie einzusteigen, in einen tiefen, kreativen oder strategischen Prozess oder einen konzeptionellen Prozess einzusteigen, das fällt uns immer mehr schwer. Mal so wirklich Probleme zu lösen, Herausforderungen zu lösen, also an Dingen zu arbeiten oder sich auch mal die Reflexion von außen zu holen und diese Gespräche mit einzubeziehen. Also sich einfach mal unverbrauchte Perspektiven einzuladen, ob das jetzt ein Podcast ist, ob das ein persönliches Gespräch ist, ob das ein Mentoring ist oder was auch immer. Einfach diese Impulse als Anregung zu nehmen, mal tief in den eigenen Keller hinabzusteigen und zu sagen, okay, ist das alles noch wirklich das, was wir machen wollen? Also befähigt uns die Digitalisierung gerade wirklich zu expandieren, zu explorieren, wirklich in das Wachstum zu kommen oder sind wir eher, zumindest in der meisten Zeit des Tages, damit beschäftigt, auf der Mikroebene zu optimieren, neue Dinge auszuprobieren, alte Software, die wir vielleicht erst ein halbes Jahr verwenden, zu ersetzen durch was Neues, weil eine neue Funktionalität hier gerade rauskommt oder irgendein System damit optimaler läuft. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir sehr oft einfach die ganze Zeit Maschinen bedienen und wir die ganze Zeit irgendwie diesen Tätigkeiten nachgehen. Also wenn ich mir so meine Devices jetzt mal so bildlich vor mir vorstelle, also mein Handy, mein iPad, mein MacBook zum Beispiel, dann muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit in dieser reaktiven Rolle bin, dass ich nicht die ganze Zeit meine E-Mails anschaue oder auf irgendwelchen Socials schaue, oh, da gibt es eine neue Nachricht, muss ich da jetzt reagieren, ist das jetzt wichtig, muss ich das einordnen? Und zwar in der Reflexion, also wenn ich mir das bewusst mache, dann stelle ich fest, nee, musst du nicht. Aber ich muss mich immer wieder daran erinnern, mein E-Mail-Postfach einmal am Tag zu checken, meine Socials einmal am Tag zu checken und diese ganzen Team-Korrespondenzen oder Tools, die ihr vielleicht auch verwendet, CRM und Projektmanagement-Tool und so weiter, also dass das noch irgendwo in einem handelbaren Bereich liegt, sodass ihr eine Möglichkeit habt, wieder aktiv an eurem Business zu arbeiten. Also raus aus der Reaktion, rein in die Aktion. Und deswegen hat die Digitalisierung für mich schon auch Schattenseiten, weil die Kommunikation immer heterogener wird. Du benutzt immer mehr Tools. Es ist nicht ein Messenger, du hast drei Messenger. Ja, du brauchst nicht ein Bot, du brauchst fünf Bots. Du brauchst nicht ein Projektmanagement-Tool, sondern vielleicht zwei Projektmanagement-Tools. Ja, und interessant ist auch, dass sich das Ganze in dieser Heterogenität einfach so heimlich fortentwickelt. Ja, das ist gar nicht, was du bewusst machst. Du sagst ja nicht am Anfang, ich brauche 25 Tools, die ich bedienen muss, sondern die sind einfach da. Ja, in einem halben Jahr später hast du einfach 25 Tools und du denkst dir, wo kommen die alle her? Ja, was mache ich da eigentlich? So, und aus dem anfänglichen Mischpult, wo du vielleicht zwei Regler hattest, wurde so ein Riesending, was in jedem professionellen Tonstudio rumsteht. Kennt ihr die Mischpulte, wo dann, weiß ich nicht, hunderte Regler sind und lauter Lämpchen und blinken und so weiter, die euch die ganze Aufmerksamkeit abverlangt und du in der Reaktion bist, aufzupassen, wo blinkt die nächste rote Lampe, auf die ich draufdrücken muss. Und das System entscheidet, ist das jetzt wichtig und dringend und nicht mehr du. Und das ist die große Gefahr, die ich durch den digitalen Wandel eben auch sehe, um mal so ein Thema für heute aufzugreifen. Also meine Botschaft an dich, wenn du das hier angehört hast, überleg dir mal, ob du nicht die nächsten Tage, nächsten Stunden mal bewusst wahrnimmst, was du eigentlich da tust, auf deinem Smartphone, auf deinem Tablet, auf deinem Rechner. Und ist das eine aktive Rolle, die du aktiv anstößt, oder ist es eine Reaktion auf das, was dir zugetragen, zugewiesen wird? Steuert dich ein System, eine Software oder eine Hardware oder bist du immer noch Herr oder Herrin im eigenen Haus? Das soll mein Impuls mit dieser Podcast-Folge für dich für diese Woche sein und ich hätte total Lust, mit euch darüber in Austausch zu gehen. Wenn du auch darauf Lust hast, einfach mal dein Feedback zu geben zu diesem ganzen Thema, wie gehst du mit diesen ganzen Technologien um, welche Tools verwendest du vielleicht, um eben genau weniger davon zu verwenden oder bewusster, konzentrierter, in ganz dezidierten Zeiträumen, dann freue ich mich, wenn du auf unsere Website gehst, genius-alliance.com und rechts unten findest du den Button zum Lion's Circle, das ist unsere Community. Dort einfach draufklicken, beitreten, Hallo sagen und dann einfach mal zu dieser Podcast-Folge von heute dein Statement abgeben. Würde mich total freuen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden, für den oder die dieser Podcast unter Umständen ein großer Mehrwert ist. In diesem Sinne, ein bisschen kürzer. Danke fürs Zuhören. Get aeverrung, die du bräst yours. Ja, danke fürs Zuhören. Kürzerörn, die du aufnistet, das heißt, ja, danke fürs Zuhören. Ich danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.